Und ein Moinzen zu einem Video rund um die Auswärtsspiele vom VfB, wir haben jetzt zwei Stück am Stück, bevor das nächste Heimstück gegen Wolfsburg kommt. Erstmal geht es auswärts nach Mainz, da steht jetzt auch offiziell auf der Website drauf, ausverkauft. Ich meine, dass der offizielle Auswärtsblock ausverkauft ist, steht ja schon länger fest, also die Sitzblöcke H&I und der Stehblock J, aber VfB hat ja auch noch, ich glaube 400 Karten waren es in K2 bekommen, der eben auch anliegt an den Auswärtsblock, auch die sind weg. Und auch wenn man guckt bei Mainz in den freien Verkauf, wo man ja auch schon länger jetzt schon Karten kaufen kann, Block G, Block F auch, auch Block K natürlich, die eben alle an unseren offiziellen Auswärtsblock anliegen, sind schon sehr, sehr ordentlich verkauft. Also quasi ausverkauft die Blöcke, gerade G und K und ich tippe mal auch da. Da werden einige, einige VfB-Fans ihre Karten geholt haben über den freien Verkauf. In Mainz sind ja 33.305 Zuschauer möglich bei einer Vollauslastung. Das heißt, unser offizielle Auswärtsblock ist irgendwo bei 3.000 oder so, wenn man die 10%-Regel, wenn man der folgt. Aber wie auch in Hoffenheim, da durften wir auch offiziell 2.500 rein oder sowas, am Ende waren wir 5.000. Und Mainz ist auch nicht unbedingt weit weg, man kommt sogar auch schneller nach Mainz als nach Hoffenheim. Also das wird 100% absolut wieder ein Heimspiel im Auswärtsspiel quasi. Ich habe sehr, sehr Bock, war auch selber persönlich noch nie in Mainz auswärts, auch ein neues Stadion auf der Liste quasi. Danach geht es nach Berlin, wo ich auch am Start sein werde. Also vorausgesetzt, ich bekomme ein Ticket, aber davon gehe ich einfach mal aus. Bin ich auch in Berlin am Start. War ich auch noch nie in der Bundesliga. Ich war 2013 beim Pokalfanade in Berlin, aber halt noch nie in der Bundesliga selbst. Und da kamen eben heute auch die neuen Infos raus. Der VfB packt einen Link rein, da läuft es auch über einen Gäste-Online-Shop von Hertha BSC. Der Link kommt noch. Aber eben haben noch ein bisschen Zeit, weil Verkaufsstart ist am Donnerstag, 14. April diese Woche um 16 Uhr. Verfügbare Blöcke sind die Stehplätze in den Blöcken G und H für jeweils 15 Euro oder der Sitzplatzblock E für 40 Euro. Also ich werde nämlich nach G und H umschauen. VfB Away fährt natürlich auch rüber, ist ja klar. Mainz ist da ausgebucht. Bei Berlin ist aber auch nur die Fahrt ausgebucht bisher, die Direktfahrt. Da kann man auch noch Karten erwerben, eben auch nur in Kombination mit der Fahrt logischerweise. Die verkaufen auch Gästeblock G und H. Und wenn man eben Hertha anguckt, ist der Gästebereich G, H und dann auch noch zusätzlich J und K. Und da ist eben das Komische dieser Block E, da ist noch ein ganzer Block F dazwischen. Also ich weiß nicht, warum wir da Sitzblöcke oder Sitzkarten in E bekommen haben, weil der gesamte Block F dazwischen ist oder ob sich der VfB verschrieben hat und eigentlich Block F meint, weil dann würde der Block nicht mal an den Auswärtsblock anliegen. Das wären irgendwie komische Karten. Generell ist es ein sehr interessantes Ding in Berlin, wie viele da natürlich mitkommen. Weil das Spiel wurde ja natürlich grandios von der DFL auf einen Sonntag 17.30 gelegt. Da kommst du halt gefühlt, also nach Spielern kommst du gefühlt nicht mehr heim mit dem Bahn. Ich werde auch eine Nacht in Berlin machen wahrscheinlich. Das ist halt einfach kompletter Unfug, die Spielansetzung. Letztes Mal in Berlin, war 18.19 vor Zuschauern, unsere Abstiegssaison, 23.30 Spieltag, 3.1 verloren, da waren es 48.668 Zuschauer. Wie viele von uns genau dabei waren, weiß ich nicht mehr. Offiziell dürfen ja knapp 75.000 rein, 74.475 sind es, haben es ja ausverkauft gegen Union. Gegen uns gehe ich mal nicht davon aus, dass ausverkauft wird. Ich hoffe trotzdem einfach, dass wir auch vom Auswärtsblock her, ja, trotzdem eine sehr, sehr angemessene Menge an Zuschauern dabei haben. Ich gehe mal davon aus, aber Berlin natürlich auch mit der Spielansetzung keine unbedingt beliebte Auswärtsfahrt dann in der Saison geworden. Bin auch mal sehr gespannt vom Blick her im Stadion, weil, ne, mit der Tartanbahn, das könnte natürlich ein bisschen anstrengender sein, weil dieser Blick einfach extrem weit weg ist als in einem normalen Stadion halt, ne, so doof gesagt. Freue mich aber trotzdem sehr drauf in Berlin und es ist natürlich auch ein unfassbar wichtiges Spiel in Berlin. Also da muss halt einfach was mitgenommen werden und eben auch ein neues Stadion, rein bundesiegermäßig, wie gesagt, ich war schon mal drin, aber rein bundesiegermäßig ein neues Stadion und ich könnte tatsächlich ab Mainz quasi oder ab diesem Spieltag bei jedem Spiel dabei sein, sollte ich mich doch noch dazu entscheiden, nach München zu fahren, mal gucken, ob ich mir das antue, aber vielleicht einfach machen, um wirklich sagen zu können, ich bin bei jedem Spiel dabei bis zum Saisonende. Es wäre schon sehr, sehr wild. Wir haben noch kurz die Mottos, die wir durchgehen müssen für die Auswärtsspiele. Alle nach Mainz, Südamerika-Mottofahrt, alle nach Berlin, alle in Rot und alle nach München, alle im Trikot. Damit war es von diesem Video. Ich habe extrem, extrem Bock. Schreibt gerne rein, ob ihr irgendwo dabei seid bei den Auswärtsfahrten oder eben auch bei den Heimspielen, da sowieso am Start, ist ja klar. Beifall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020